So, wir befinden uns jetzt hier im lokalen Multiplayer und wie ich sehe, hat Musician uns alle Huckepack getragen. Ja, ich bin ganz oben. Oh Gott, ich kann gar nicht... Ja, ich hab dich! Trag mich, trag mich! Oh, der war blau. Okay, warte, warte, warte. So ein direkt Teamwork hier. Ja, nee, wir müssen gleich mal üben hier. Warte, warte, du übernimmst das nicht so viel bewegen und zack. Geil. Hui. Und falls ihr euch wundert, oh, ich hab dich sogar noch ganz knapp fangen können. Wir haben unsere Bildschirme da, und zwar Bildschirme, ja tatsächlich, damit wir euch so ein bisschen mehr in die Augen schauen können und nicht alle so davor sitzen. Das wäre ja ein bisschen uncool. Und ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt den Benni und gehe da einfach mal durch das Schreibhaus. So, äh, hier, warte, zack. Zack, danke schön. Fast, fast. Und los geht's! Ja! Ab in den Deku-Wald. Guck mal, wir laufen da synchron, ne? Musician fällt mal wieder aus der Reihe, also... Ach. Schlimm, schlimm. Wie schon angedeutet, ich, der aus der Reihe fällt, der Blaue. Und ich bin rot, ja, fesches, rot, feurig hier. Oh, und ich bin grün wie das Glück. Sehr gut. Meins. Ah! Meins. Ich rett genommen. Zack. So, wir machen erstmal den Bogen. Ich würde sagen, wir verwüsten hier ein bisschen und schnappen uns auf jeden Fall einen Bogen. Und ich feile mit Verschießen, okay, ja, ist klar. Genau. Oh, oh. Mit Y. Huch. Okay. Dann geht's weiter. Flong, oje. Habt ihr das gesehen? Hilfe! Hier, heb mich mal hoch. Hilfe! Grün. Und dann, äh, da oben kann ich jetzt die Dinger einsammeln. Tu es! Schön. Ach, ich wohne jetzt hier. Dann musst du, glaube ich, wieder raufkommen, ne? Warte, nein. Komm ich hier wieder runter? Ich bin blau. Ich hab's zu sehr, wirklich vergessen. Komm ich hier wieder runter? Du musst wieder runter, ja. Alles gut, alles gut, nichts passiert. Springen, springen, jawohl. Und jetzt kann ich euch wieder wegwerfen. Pop! Ah! Ich, ich seh schon, das wird super verwirrt. Das wird super verwirrt. Ich bin rot, ich bin rot, ich bin rot. Guck mal hier. Hier ist so ein bisschen so sneaky, biggy, undercover mäßig, kann man hier hin. Okay, dann müssen wir zu dritt. Ja, genau. Wir müssen uns hochheben und jetzt werfe ich dich. Okay, das geht auch nicht. Aber das sieht so aus, als könnte man über die Baumstümpfe dort gehen. Kann ich schwimmen? Ja. Also, das ist nicht die. Aber das ist halt flach genug, dass man da nicht schwimmen muss. Guck mal. Meine Rupees. Du hättest mir fast einen Stein auf den Kopf geworfen. Das war ich. Das wollte ich gar nicht sagen. Moment. Ich hab mir überlegt, sag ich was? Wo du ihn gerade ankaufst? Okay, gut. Ich hab das nur im Auge gesehen. Achso, guck mal. Hier müssen wir einfach... Blob. Genau. Ach nee. Doch, waschen richtig so. Und jetzt hoch. So, jetzt muss der eine nach da. Ich werf dich mal. Zack. Jawohl. Und jetzt wirfst du mich. Ich dich nach da. Zack, und dann stecken wir alle drauf. Tada. Und circa so ist halt jetzt das ganze Spiel aufgebaut. Mal so kleinen Rätsel, wo man so ein bisschen zusammenarbeiten muss. Das ist Teamwork. Das kann ich gut. Team. Toll, ein anderer macht's. Genau. Am besten immer ich in der Mitte, damit ich nix machen muss. Oh je, da sind die ersten Gegner. Schleime. Ja, treffe einfach nix. Ich würde einfach mal einen nehmen und hochschwerfen. Viel Spaß. Ich schmeiß mich bitte in die Gegner rein. Viel Spaß. Danke für den Rubin. Aua. Oh, hier ist ja auch einer. Hilfe, was tust du mit mir? Ja, da muss ich doch gegen Monster kämpfen. Obwohl, sonst werf ich dich. Warte mal. Ach ne. Das ist aber mit der Schrift halt schon so ein bisschen... Totem. Warte. Das hat's nicht. Die kann man doch einfach hochlauern. Ach, das Stryphos ist auch schien hier. So, haben wir alle Kisten schon? Anscheinend. Ne, wir haben die Gegner alle plat gemacht. Genau. Hier oben sind auf jeden Fall noch Kisten. Das sind meine Kisten. Nein, das war ein Stein. Kommt da nicht ran. Das sind meine Kisten. Ja, versuch mal hier herzukommen. Das ist meins. Alles meins. Okay, die Kisten sind schon leer. Ich hab euch dafür einen Stein mitgebracht. Komm mal hier. Da, bitteschön. Du hättest mich fast damit abgeworfen. Nein, wirklich. Siehst du, so fühlt sich das an. Das fühlt sich schmerzhafter an, als ich dachte. So, aufregend. Direkt mal anmachen. Ja, genau. Erst mal dann anmachen. Ich nehm den Topf mit. Tschüss. Hallo. Hallo, tschüss. Wer langsam ist, hat Pech gehabt. Ja, das ist ja eine automatisch fahrende Platte. Moment, hier ist ja noch, und jetzt schnell drauf. Oh nein. Warum? Ich hab dir überhaupt nichts. Boah, jetzt will ich das mit euch auch machen. Hör auf. Hier, so, da, tschüss. Vielleicht brauchen wir den Stein. Ja, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Und dann musst du ihn jetzt da drüben hinwerfen. Hui. Oh nein. Oh nein, was wir machen, müssen wir da einen Pfeil hinschießen. Das geht natürlich auch. Ich tue es. Nein. Vielleicht ja so. Nein. Ähm. So. Ja, aber das wär's. Ja. Geht noch. Jetzt du das. Jetzt gehst du ganz langsam mit uns rüber, bitte. Sonst fliegen wir nur über. Okay, stopp, stopp. Nicht werfen. Nein, ich teuer nicht. Danke. So, jetzt genau. Und einmal noch. Au, au, au. Voll in den Gesicht. Aua. Ich wollte euch da nicht reinwerfen. So. Warte, 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 warte. Zack, zack, zack. Und hopp. Danke. Ich kann nicht sogar auf die Kiste werfen. Ist gut zu wissen. Du. Benni hat zwei Rubine gefunden. 20. Oh. Genau. Töpfe. Und das waren fünf. Herzen ist gut. Das, also, dann ist es richtig, man kann richtig fies sein mit dieser. Oh, oh, oh. Tu es. Dreh dich nach oben. Tu es. Stopp. Dreh dich richtig hin. Okay, warte, jetzt wird's was. Warte, warte, warte. Nein. Was machst du denn da? Ja. Das machen wir nochmal. So. Ja, alles klar. Warte, warte, warte. Jetzt mach ich das dann. Okay, okay. Und ich schieße. Einfach nach oben gucken und dann... Boah, guck mal. First try. Na ja, second try mehr oder weniger. Naja, ich hab das jetzt beim ersten Mal richtig hingedreht. Also, lass uns. Ähm, ja. Was ist das da? Was ist die? Vielleicht hauen im Zweifel. Hey. Was soll ich mal hauen? Warte, ich bin drauf. Was macht das Ding? Was ist... Oh. Das fliegt nach oben. Kaputt. Oh, Spielzeug. Oh, da kommen Herzen raus. Oh, da kommen Herzen raus. Sehr gut. Bitte mehr davon. Bitte mehr. Wir brauchen das. Das greift mich vor allem an. Mir gefällt das. Ja. Ja, ist gut. Alles gut. Ich achte halt auf alles. Okay. Es ist weg. Alles schön. Ich denke, die ganze Zeit, ich bin der Grüne. Oh, hier oben ist noch was. Na, Moment. Ja, wir haben aber genügend Herzen. Das ist doch alles gut. Alles gut. Mehr Herzen sind immer gut. Das sieht so super aus mit dem Laserstahl. Da wegfliegen. Dede. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vorsicht. Vorsicht. Man muss... Trifft man die überhaupt? Man muss die mit Pfeil und Bogen abschießen. Oder? Jetzt muss einer unten. Jetzt unten. Jetzt ist der wieder oben. Jetzt müssen wir zwei hochheben. Ist der so hoch? Ist der so ganz groß? Ja. Jetzt. Ne, der ist auch unten. Ah, ist unten. Okay, warte. Macht ihr das mal. Alles klar. Ich lenke ihn ab. Oder sie. Na komm, dreh dich doch vernünftig, du komisches, kleines Rotes. Komm raus. Du musst weiter weg gehen, sonst kommt er nicht hoch. Ja. Ja, jetzt. Sehr schön. Ja, sonst wäre das Absicht gewesen. Oh, jetzt müssen wir höher sein. Hebe mich hoch. Ich komme. Bleib doch stehen. Nein, dann wäre es ja viel zu leicht. Dreht euch noch mal. Moment. Das ist nicht so schwer. Steh doch einfach gerade unten und dann kannst du einfach auch gerade bei ihm stehen. Geh doch einfach. Schieß. Das wird doch nichts. Gerade unter ihm. Gerade. Was machst du denn da? Gerade nicht. Jetzt. Tu es. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh Mann. Einmal mit Profis hier. Was sind noch Wuppies? Ich will Wuppies haben. Da sind noch welche. Da, hol die Wuppies. Komm mal da oben noch irgendwo dran. So, und dich werfe ich hier rüber? Juhu. Hier ist leider nichts. Hier ist leider nichts. Klong, klong, klong. Ne, kommt man auch nicht weiter. Na gut. Ich stelle mich nach oben. Wartet auf mich. Ha. Swoosh. Deku Wald. Ohne Zahl. Dum dum. Oh, das sieht ja königlich aus. Ich erinnere mich nicht daran, dass der... Totem. Ich kann aber schwimmen. Guck mal. Amors Geist erhalten. Ich habe Gurkenschleim erhalten. Und was hast du so erhalten, Isa? Warte, warte. Ich muss gerade so baden. Sie hat einen Bart erhalten. Ich bin dafür... Mmmmm, Gurkenschleim. Mmmmm. Nom nom nom. Toll. Zurück zur Lobby. Was macht man jetzt mit Gurkenschleim? Einreiben. Wirken lassen. Gibt gute Haut. Zack. Na, na, ich weiß nicht. Deku Wald geschafft. Besorg dir vom Fotografen... Oh, kann man sich dann selber fotografieren, so? Das wäre cool. Ja, ich bin bei Selfies immer dabei. Das waren voll die coolen Selfies dann so zusammen. Ja. Vielleicht wird das auch noch mal angezeigt, wenn man das irgendwie spielt oder sowas. Nice. Okay, erste Challenge eigentlich. Was man jetzt vielleicht fürs Ende nochmal zeigen könnte, wäre das coole Ballspiel. Ja, dafür muss man nämlich hier gegen die Wand laufen. Hier, hier hinten. Dann fällt der Ball runter und man muss ihn jetzt hoch halten. Nein. Oh. Das hat schon mal nicht geklappt. Also wir zeigen jetzt nochmal dieses Ballspiel. Genau, das war gar nicht. Wenn man so random gegen die Wände laufen muss und irgendwann fällt er dann runter. Da war doch was nicht. Nee, nee, das waren die Tonverführung. Ball. Da ist er. Ja, hier. So, und jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, man muss ihn halt hoch halten. Man sieht da immer so einen kleinen Schatten und der wird dann ein bisschen größer, wenn er wieder runterfällt. Spielt halt andere Musik dann. Ja, er spielt halt Themes aus den ganzen Zelda-Spielen. Das ist jetzt aus Skyward Sword. Oh mein Gott, oh Gott. Da jetzt. Oh. Er wird auch ein bisschen, ich glaube es wird auch schneller. Ja, man kriegt halt auch gerne Belohnung. Und je länger du ihn halt oben hältst, hast du mehr Rubies bekommen. Ja, ich glaube wir haben es schon fast 30 Mal geschafft und da kam auch schon was raus. Genau. 29 glaube ich, ja. Gut. Okay, wollen wir weitermachen? Ja. Ja! Ja. Bis zum nächsten Mal!